Moin Moin, 209 Aufnahme von Rage. Gehen wir auf Fortsetzen. Schön Kaffee dabei. Und dann mal gucken. Ja, geil. Ich sehe gerade, dass die Aufnahme gar nicht mitläuft. Ein paar Sekunden später. Na, wie aber sagen, äh, fangen wir hier an. Geil. Ja, äh, Moin. Kurz Zwischenanalyse, wenn die dann mal aufhören will zu ballern, äh, wie soll ich das erklären? OBS hat gerade nicht aufgenommen, während ich hier so schon ein bisschen rumgelaufen bin und ein Zelt hab und so, und, äh, na, auf jeden Fall ist nicht viel passiert. Ich hab einen Ballon von Himmel geschossen und jetzt suchen wir das Pack hier und irgendwie bricht hier wieder der dritte Weltkrieg aus. Das ist so die Kurzform. Äh, äh, ja. Und irgendwie finden wir... ...wir das Pack hier nicht und... Äh, auf jeden Fall, da vorne ist die Anlage, wo wir gerade drin waren. Also, wir sind nicht ganz so weit weg. Da. Vorne, irgendwo, hier. Gibt's denn ja nicht, Alter. So, klar, ich bin ja tot. Geh neis. Alles klar. Ja, das sind, äh, Skills auf einem ganz neuen Niveau. So. Ja. Äh. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, ey. Hier auf jeden Fall soll der Ballon... Also, der Ballon hatte irgendwie so ein Päckchen und das ist hier irgendwo gut untergedroppt. Und ich hab keine Ahnung, wo, weil ich das aus weiter Entfernung abgeschossen hab. In meiner unendlichen Intelligenz. Und was ich noch sagen wollte, wenn man den Ventilator hört, äh... Woran liegt das daran, dass ich, äh... ...einen Ventilator anhab? So. Äh... Klingt logisch. Weil es scheiße warm wird. Ist. Ist es schon warm. Ja, aber was ist denn hier über los, Alter? Wo ist das Päckchen? Das ist doch hier irgendwo runtergefallen. Äh, ja, ja, was wollte ich hier sagen? Keine Ahnung. Ich bin grad ein bisschen genervt, dass OBS nicht aufgenommen hat. Das tiltet mich, wenn... Sachen nicht das machen, was ich will, dass sie tun sollen. Und dazu ist es auch noch einfach scheiße warm. Darf man das Wort scheiße überhaupt sagen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier auch schon andere Sachen... ...von mir gegeben. Ich glaub, da fällt das nicht so auf. Echt? Wie man seht, ihr sind nicht ganz so weit, also... Hier waren wir gerade, sind wir hier lang gefahren. Und da hab ich hier, wo... Oder war das hier? Weil, war hier, wo Ballon... Nee, ich mein, hier. Ballon ist so lang geflogen, und da hab ich den von da abgeschossen. Und dann ist... Hat der irgendwas gedroppt, aber ich... ...wieso dumm und sehe das nicht. Das wird doch einfach die... Kann auch schon sein, dass vielleicht eventuell das Spiel sagt, hier, äh... Äh, fick dich. Äh, äh... Äh, äh... Äh... Du bist zu weit weg. Wir... Äh... Wir... Dingsbumsen das weg. Dingsbumsen. Ach, scheiß drauf. So. Schade. Äh... Was ist mein Ort? Keine Ahnung. Aktiviere Systeme. So. Hier ist noch so ein Wächter-Turm. Nochmal denn als nächstes. Ey, ich bin so lustig, ey. Jetzt ist, wenn man so lange immer zwischen dem Spiel Pause hat, dann ist man einfach... Also... Ich bin sehr verwirrt danach. Aber man muss doch so viel machen, ey. Was ist das, die ganze Insel? Ach, da kommt wahrscheinlich noch was dazu, ne? Weil es soll ja irgendwie DLCs geben und so ein Gedöns alle. Was ist das, ne? Eine Brückensperre. Mhm. So, ein Wächter-Turm. Ach, das dauert auch wieder so lange. Komm, wir gehen einfach hier hin. Was ist das nicht entdeckte Ort? Dann müssen wir am Wächter-Turm vorbei. Wenn wir diese Strecke folgen, dann kommen wir hier irgendwo hin. Und dann fliegen wir durch die Gegend. Dann fahren wir da mal lang. Oh, oh. Oh, no. Das sei... Ein bisschen... Bin ich aus. Aber... Das hat uns nix erspart. Das ist auch gut. So. Schön wie die GTA-Manier einfach, wenn irgendwas fällt. So. Äh, jo. Was soll ich dazu sagen? Äh... Das war sehr dumm. Aber wir haben dadurch einen neuen Ort entdeckt. Der ist hier. Der ist da oben. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Äh... Wieso kann man denn nicht hier lang fahren? Äh... Ich schick das alle nicht. Ist da was? Auf jeden Fall ist es hier sehr dunkel. Die Geräusche von der Leiter. Oh. Lagerkiste. Ah, okay. Kleines gehörntes Pferd. Ah. Okay. So, was haben wir nochmal? Sidewinder-Pistole. Hatten wir jetzt eigentlich schon... uns verstärkt? Ja, ne? Ja. Ich glaub wohl, ne? Oder? Hatten wir es schon? Hatten wir uns verstärkt? Ging das doch irgendwo? Der ein, der... Ach, ne. Das ist ein Lock. Waffen. Die nehmen wir eh so gut wie selten. Aber ich glaube, wir haben das schon gemacht, ne? Ich denke, ich denke schon. Wollen wir speichern einfach mal. Neuer Speichersatz. Hier, 23, der Siebter. Boah, Elfter, Sechster. Alter Schwede, ich... Achso. Achso, das finde ich... Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Geh jetzt einmal hier die Höhle lang. Also, die Stress wollen klein wie ab. Was hier hat... Ne. Wieso kann man hier nicht rein? Oh, Leute. Das ist einfach so fucking warm, ey. Pass auf. Hier sind so komische Geräusche. Also, rein kommt man... Hier nicht, obwohl ich nicht verstehe, warum nicht. Weil rein theoretisch könnte man doch einfach dieses... Rohr hier entfernen. I don't know. Kommen wir endlich hier lang? Äh... Ja. Oh Gott, das war... Fatal. Bräuchte ich nicht mal so eine Art Flugzeug. Das wäre immer cool. Aber wo gibt's das eigentlich nicht? Oh. Guck mal hier runter? Jo. Diese... Das Gezwitsche von hell in dunkle Räume... Nervt. Muss mein Auto hin. Da. So. Was ist denn alle so leicht verschwommen? So. Oh, Leute, ey. Leute, Leute. Hä? Da ist einfach hier lang. Oh, ja. Die Schwarz sind voll hier, komm. Haben die hier schon? Ja. So. Wie kommen wir da hin? Hier rüber. Nehme ich überhaupt auf? Das wäre doch schlimmer, ey. Ja, ja, so lang. So. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Knibbel aus dem... Knibbel aus dem... Oh. Alles klar. Knibbel aus dem Sack. So. Okay. Let's... Do it. Warte, warte, ne? Da ist schon er getroffen. Oh, das ist ein sehr großer, äh... Ne? Bums. Ach, guck mal. Lass mal reinfahren, was soll das denn? Die Musik? Lass. Das ist doch geile Party, Alter! Oh, ich war, ähm... Wie soll ich das erklären? Ich war tot. Wieso war ich denn tot, Alter? Ich guck gar nicht... Gar nicht auf mein Leben? Ja! Ja! Aber wie kann ich denn so daneben schießen? Das war echt ne erbärmliche Vorstellung von mir... Aber... Ja. Es gab da irgendwie so einen richtig geilen... Kick, den ich machen konnte. Ach... Ich darf nicht so viel Pause dazwischen haben, dann... Verkässe ich immer, was ich wie... Handhaben muss hier. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Warte! Autsch! Geile! Money! Das war doch, Mann! Das Ding nach oben. Das ist hier wo lang, ne? Ähm... Ich weiß. Ja. Ah, hier waren wir gerade. Da war der... Da war der, der war der Fahrstuhl. Hier waren wir noch nicht drinnen. Was ist, was ist passiert? Was ist passiert? Häy! Öh, aber... Schlauz ist voll, ja? Sack! oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, da haben wir die schlautze voll, ja? Gott, oh Gott, oh Gott hast du denn das alles? okay war noch irgendwo einer so konnte konnte was ist das so fucking dunkel, alter äh, okay, hier ist so nichts oh okay da geht's irgendwie runter wahrscheinlich ein Fahrstuhl das ist ganz schön groß hier, ey hier muss noch eine Truhe sein und so eine Eichentruhe und aufheben aufzugrufen okay okay ach, Leute, ey warum muss das eigentlich so komisch warm werden immer freu ich mich schon wieder wenn Herbst ist was was? nur nachgeladen, alter so, und hier war glaub ich dieser Partyraum genau dann waren wir hier noch nicht hab ich, bin ich, hab ich recht genau hier und hier müssen wir noch zwei Eichentruhen sein und eine normale Truhe und hier so, so, Eeeh... Eeeh... Keine Ahnung, was hier so großartig ist. Ey, wie jagt ihr euch gerade ein bisschen selber in den Loft? Doomsayer Peak. Äh, ja, toll. Also sind alle tot, aber... Ist hier irgendwo. Hä, bin ich dumm? Ich höre die doch. Ich bin eine höher. Ah! Äh, C. Na komm. Ja. Und Nano verstritten. Naja, gut. So, das noch eine Kiste. So auch schon mal. Dann fehlt... Dann fehlt... ... ... ... ... ...